So, das Rennen ist gestartet. BDS gegen Team Leben Leben. Sehr synchron beim Team Leben Leben. Noch 150. Noch 100. So, und wenn ihr Fans habt, dann solltet ihr euch jetzt ein bisschen motivieren und anfeuern. Team Leben Leben Leben. BDS gegen BDS 1. Jawohl, so geht das! Noch 50 Meter! BBS 1 jubelt auf der Mainz mit einer Zeit von 1.41.8 siegreich das Team BBS. BBS 1.41.8 das Team Lebleben mit einer Zeit von 1.43 Team Lebleben Platz 6 und Platz 5 dann Team BBS. Dankeschön, jetzt machen Sie jetzt bitte bereit für das nächste Rennen die Extra-Divers und die bunte Tüte.